Wenn du nicht mehr weitern weißt, wenn dich alles nervt, wenn schon wieder die Brille beschlägt und die Maske verrutscht, dann habe ich ein Trostwort für dich aus Psalm 55. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Vielen Dank.